Happy Birthday Naan Liu. Happy Birthday Shihas Ali. Happy Birthday Mezumso. Happy Birthday Dayana Juntak. Heute habe ich das Spiel Sprengend Squaw. Viel Spaß. So, ich bin jetzt schon mal drin, weil ich habe ja Dragon Squad gesagt. Ich meinte Dragon Cap. Das heute im Spiel ist Dragon Cap. Und kommt schon schneller. Genau. Da sind wir. Auf unserer alten Insel. Sieht so ein bisschen anders aus, oder? Schauen wir gleich mal. Was ist denn hier jetzt neu? Oder was? Ne? Also das erste Kapitel von. Ah. Abgeschlossen. Gut. Erste Kapitel abgeschlossen. Ne. Er ist. Kann man. Kann man. Okay. Okay. Truhen. Blumen. Der 13. Spieltag, wo ich das Spiel spiele. Geschenk nehme. Jawohl. Kein Problem. Okay. Wieder da. Gerade auf der Werbung gedrückt. Da drauf gedrückt. Dann kam Werbung. Jetzt nicht. Jetzt machen wir das nicht. Nein, nein, nein. Kein Schlüssel mehr. Das hier ist neu. Normal war hier eine Insel immer gewesen. Die ist auch... Ach. Hier ist die. Ne. Sieht ganz anders aus. Ich meine, damals war hier mal eine Insel gewesen. Hier ist die jetzt so. Hat sich verändert, das Spiel. Ah, ich kann ihn jetzt füttern. Ah, gedrückt das. Dann schlafen wir mal ruhig. Okay. Dann will ich erst mal die roten Punkte alle durchjagen. Ja, werbung anschauen, klar. Ist umsonst. Alles nehmen. Alles löschen. Platzieren. Ein Drachenstein. Bauen. Bauen. Okay. Das ist so schön. Nochmal erhöhen. Vom 40 auf. Ah, nee. Nochmal erhöhen. Jetzt habe ich nur noch zwei Diamanten alles ausgegeben. Okay. 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 Was sind die blauen Diamanten? Wie färbig? Wie färbig? Hm. Egal. Okay. Oh, was ist das? Ein Spiel? Fünf Leute bedienen. Okay. Burger machen. Fleisch. Specht. Bitte schön. Der Nächste. Hey. Dauert eine Minute. Fertig und abgehen. Okay, ich verstehe es. Oh, jetzt kann ich nur zwei machen. Start. Ein Salat. Okay. Was wolltest du? Ah, Fleisch. Okay. Und was willst du? Eintrinken und ein Fleisch eintrinken. Ein Salat. Oh, ich kann nur zwei Runden spielen. Na egal. War witzig. Nehmen. Wollte ich dir noch Kriege? Der 322.518 Punkte. Dich habe ich 60. Na, viel mehr. Nicht im einen Club. Habe ich schon wieder Werbung angeschaut hier. Dann werde ich jetzt einmal kurz hier rumschlendern. Wie ihr seht, hatte ich ja damals die ganze Insel schon fast Aufgebraucht, sag ich jetzt mal so. War hier dabei gerade immer alles weg zu ernten. Oh, das ist auch neu. Normal war hier eine Wand gewesen. War der Leuchtturm schon fertig? Hier war noch ein Gebäude normal. Auch nicht mehr da. Okay. Dann 800. Dann würde ich sagen, wir machen hier alles weg. Und erstmal den großen hier weg. Ich glaube, ich muss doch irgendwo eine Schatzdrüse... Ach, da ist noch ein Schatz gewesen. Alles weg, klicken hier, zack, 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 zack. Endlich alles weg hier, alles aufgeräumt. Naja, alles wahrscheinlich nicht, aber die großen hier kriegen wir auch noch nicht weg. Da war eine Wolke hinter. Oh, das war's. Das war's. Egal, wir beenden das und das beenden wir. Kriegen wir noch... Da habe ich noch ein Häkchen. Voll? Ja. Für 1,90 Euro kann ich es mir abholen. War ich aber nicht. Man muss ja auch nicht. Okay. Es geht weiter. Sechs Kunden. Sarat vorbereiten. Fleisch am Braten. Eigentlich wäre Fleisch am Braten vorbereitet. Besser gewesen, aber... Okay. Der nächste. Ein Getränk. Christe. Der nächste. Ein Salat. Der nächste. Ein Salat. Und ein Fleisch. Übrigens, das ist ein veganes Fleisch. Okay. Fleisch am Braten. Salat holen. Guten Tag. Was darf es sein? Hallo Arschloch. Bleib mal stehen. Ein Fleisch. Gerne doch. Und was wollen Sie? Nette Dame. Ein Salat. Hallo. Der nächste. Ein Salat. Und ein Getränk. Bitteschön. Nette junge Dame. Was hätten Sie gerne? Ein Getränk. Bitteschön. Junge Mann. Ein Salat. Und ein Stück Fleisch. Kann das so viel schwerer machen? Verbessern? Ähm. Das ist ja immer nur das gleiche. Hier kann ich nochmal einen Salat mehr machen. Oder ein Fleisch mehr dazu kaufen. Hm. Ich kann wahrscheinlich Sachen vorbereiten. Ich kaufe mir mal so ein. ein Teller. Jetzt habe ich zwei. Und ich kaufe mir ein Fleischschüssel und eine. Ach. Kann ich gar nicht mehr. Na gut. Dann nicht. Noch ein Getränk. Mehr kann ich kaufen. Hm. Das war es ja eigentlich schon. Da kommen wir nicht rein. Da ist ein Schloss dran. Gut. Dann starten wir das Ganze jetzt nochmal. Okay. Wir braten hier ein Fleisch. Guten Tag. Junge Mann. Was wollen Sie haben? Ein Salat und ein Stück Fleisch. Bitteschön. Junge Dame. Sie wollen ein Salat? Bitteschön. Noch eine junge Dame da. Was hätten Sie denn gerne? Ein Fleisch und ein Getränk. Gerne doch. Ein Getränk. Haben wir auch noch. Ein Salat. Ein Getränk. Ah. Schon wieder vorbei gewesen. Komm mal krass. Richtig im Flow rein. Und dann ist es schon wieder vorbei. Oh. Da. Da kann ich nicht holen. Schade. Was ist das? Zum Kochen. Ach. Jetzt komme ich hin. Die Salatschüsse nicht mehr holen. Ach. Egal. Start mal. Nächste Runde. Ja. Ein Salat fertig. Wir machen hier mal ein Fleisch fertig. Mit Kartoffeln. Bitteschön. Ich kann jetzt zwei Braten. Ein Salat. Ein Getränk. Okay. Junge Dame. Was hätten Sie denn gerne? Ein Salat und ein Stück Fleisch mit Kartoffeln. Die nächste junge Dame. Ein Salat bitteschön. Und. Ein Salat. Ja. Verbessern wir. Hm. Dann. Noch in Salat herab. Nein. Brauchen wir nicht. Aber. Den kann ich mir jetzt verwenden. Zack. Nur die beste Qualität. Weiter geht's. Fleisch am Braten. Salat fertig machen. Ein Stück Fleisch für die junge Dame. Der nächste bitte. Und noch ein Salat. Okay. Oh. Das war alles. Ja. Das ist ja. In null Komma nichts gemacht. Nächste. Ich hab vergessen aufzuwerten. Na ja. Egal. Erstmal Fleisch am Braten. Den Salat fertig machen. Fleisch dreht an. Mit Kartoffeln. Bitteschön. Mit Kartoffeln. Und zwei Getränke. Du hast aber großen Hunger. Ja. Junge. Muss noch viel wachsen. Ja. Ich weiß ja. Ob sie mit Kartoffeln beide haben wollen. Das hier lass ich einen. Lieber ohne Kartoffeln da. Da ist einer ohne Kartoffeln. Oh. Ich hab Fleisch am Braten. Okay. Okay. Das ist ja wahrscheinlich so gut in der Küche. Ich hab's ja damals schon in der Küche gearbeitet. Aber. Ich kann die hier aufwerten. Okay. Und hier kann ich einen nächsten Teller holen. Okay. Da hab ich jetzt zwei Salat in der Morgen stehen. So. Wie kann ich da hin? Ach. Da auf der Küche. Auf der Küche. Auf den Kochtopf. Nochmal. Darauf. Nehmen. Okay. Und wir kochen weiter. Zwölf Kunden. Das ist kein Problem. Ein mit Zitronen. Ein ohne Zitronen. Zwei Fleisch. Braten wir einmal an. Getränke ist fertig. Jünger Mann. Was wollen sie? Okay. Fleisch ist sofort fertig. Eine Minute. Ein Numein Salat und einmal mit Kartoffeln. Nichts. Toll. Na das sind die Ähnliches. In der Küche. Mel Kissen ist auch leicht. Baut das Abläufe. Baut das Abläufe. Kommst weiter. Wir brauchen die Ähnliches. inclache. Wiener. Soll es in den Küche. Okay, fertig! Das war doch nice. Das geht natürlich auch besser, aber hauptsacheugenschaft. Nichts zum aufwerten. Starten wir die nächste Runde. 13 Kunden. Jetzt wird es nice. Ja, zack. Ein mit Salat, ein mit Zitronen, ein ohne. Ein normales Fleisch, ein normales Salat, ein normales Salat, ein Salat mit. Oh, naja. Das ist ja ein Problem. Justin, ich habe ein Problem. Ein Salat, ein Getränk, ein Salat, ein Salat, ein mit. Eine mit Kartoffeln, sofort. Roboter, ein Fleischarm. Okay, letzte Kundin ist da. Und... Bitteschön. 13. 13 Kunden. Zwerberfleisch am Braten. Gut. 15. Du 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 du. Oh! Ah, wasser. Oh, den vergessen. Chefkoch. Verbessern. Was kann ich denn hier? Oh, schön. Aber es ist noch gesperrt, die drei. Zitronenfleisch und Getränke habe ich schon. Eine neue Kochplatte und einen neuen Teller. Ich glaube, ich würde das Getränk nehmen. Mit einer Limette ist das dann. Hm. Aber ich kann sowieso gerade nicht mehr spielen. Ich habe keinen Punkt mehr. Deswegen ist es auch egal. Ich meine noch schnell meine anderen Häkchen hier. Einzelnen, zack. Da ist noch ein Häkchen. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon für heute. Wir haben hier lang genug umgejammert. Das muss ich mal ausprobieren. Ja. Ach das. Das ist alt. Okay. Erstmal erst durch Young hier. 20 Versuche habe ich. Wow. Und. 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 Gibt es ein Jackpot für mich. Drei grüne Äpfel. Nein. Keine. Drei grüne Äpfel. Drei grüne Äpfel. Wir haben noch ein paar. Prozente gemacht. Quartieren wir wegmachen. Ähm. Ich habe nur noch 19. Okay. Alles zu weit gemacht. Alles zu weit gemacht. Sind wir auf null. Dann nehme ich die Sache ab. Und. Dann würde ich sagen. Das war es für heute. Ja. Das. Das. Kochen. Ja. Nicht. Das. 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 Dann sage ich mal. Dankeschön. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. und theo Spaß davon. Das war förs